Liebe FDP-Mitglieder, mit meiner heutigen Wahl in den Bundesrat ist die FDP weiterhin durch zwei Bundesräte vertreten. Einmal ein Deutschschweizer, ein Berner und einmal ein italienischsprachiger Schweizer, ein Tessiner, ich bin's es. Und ich freue mich ausserordentlich mit Johann Schneider-Ammen zusammenzuarbeiten und unsere freisinnigen Werte in den Bundesrat zu bringen. Freiheit, Fortschritte und Gemeinsinn, das sind unsere Werte und die müssen auch stark in unserer Landesregierung vertreten sein. Und auf diese Aufgabe freue ich mich sehr. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung, die ich stark gespürt habe in den letzten Wochen und Sie werden nochmal von mir hören.